moin moin und herzlich willkommen zurück in los santos oder immer noch mit der gleichen chaoten truppe wir stehen da aus dem reaper cyberbot hallo ich kann es auch endlich aufnehmen das ende kommt habt ihr das 101 beendet eine karre und versteht das ist ja auch keine kugel wenn ich es ist trotzdem wie kippt der der haftbombe dran ein lässt sich will er sich abheben als maul muss aber fünf hast von dran machen waren das nämlich was meine ganze schmiedes ja ja naja er hat es totgott an mein auto auch er wird es tot der bot ist tot ein paar abrötchen es war einmal es war mal ein ziel war wohl Prozent Prozent machen sich um ein Junge das hat gepanzerte Fahrzeug mal reich und reich und reich und eine Versicherung anruft für mich halt noch an der Weg ist so der Worte mit mir ist alle jahre Prozent Prozent aber nicht so gut und so weiter ja ich will sie vertreten ist ja was ja Prozent Das ist egal, ich hab Ausdauer auf 100% Alter, ich find's so schön, ich kann endlich aufnehmen, alter Aber das ist bestimmt lustig Ich hab keinen Plan, aber das ist bestimmt lustig Alle mit dem Traktor, kommt schon, alle mit dem Traktor Ich hab keine Ahnung, das ist bestimmt lustig Alle mit dem Traktor, machen wir Traktor rennen Ja, oder Bus rennen, Bus ist auch cool Truck, das ist kein Drag Race, sondern Truck Race Schwester, dein Ernst? Ja, ja Ich konnte alles auswählen, von Supersportwagen bis hin zum, ja, Nutzfahrzeugen Nutzfahrzeug, Alter, das wird so gesteckt Ja, Rasmia Ja, Caddy Nein, Fak you, Fak you, Fak you ist meiner Nein, 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 wir nehmen Rasmia Nein, wir nehmen, nehmen wir den großen hier, den, den, den Trucker da, oder das Heels Master Heels Master Heels Master Heels Master Oh, Fak Oh, Fak Ich will zu verkacken Naja, dann wird halt Hoi Ich will da noch nix anfangen und nicht alle bereit drücken, ich muss mir noch Haftpumpen kaufen, ich muss mir noch Haftpumpen kaufen Bereit Du musst noch reinmachen, Marte ist jetzt los Okay Von 0 verloren, 5 Geschafft Diese KD Wie das aussieht Alter, Grünert, warum machst du eigentlich ein Pink, wenn du grüner Schenkamara heißt Ja, Kickbobsi und grüner Schenkamara, ihr habt beide Pink, das passt ja sowas Oh Gott Wer ist eigentlich schnell am Ende Alter Leute, nehmt doch alle den Pinken in Beschuss! Nein, 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 nein! Lass mich! Ah, meine Reifen! Du tragst einfach mal gar nicht so, dass dein Reifen keinen Arsch geht! Alter, es war der zweite Reifen, war auch noch, Alter! Nein, ich bin tot! Ja! Nein, 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 auf, 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 auf! Was denn ist? Nein! Das war so fix, das schicker war! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ein Wagen, oh Gott, das ist ein Wagen ... Noch, als ich schießt immer noch vor dich! Ich bin in unser Hand! Ich bin in unser Hand! Du willst doch nicht ... Das Rennen hat doch nur 6 Checkpoints! Inge alt! Scheiße, ich bin fest! Jetzt hört auf da hinten! Jetzt! Keine Ahnung wie das ist! Boom Muamm, solarium, helium its in�� Skill Nee, du wirst jetzt so hart sterben! Cyberboard, du kannst es einfach nicht. Ja, ich schaffe es! Komm schon, kommt schon! Ich hab nur drei Reifen, ich schaff das, ich schaff das! Ich seh das ziehen, ich seh das, ja! Ja! Was? Assi, Alter. Ja, das ist so krank. Traktoren mitten auf dem Auto bei der ganzen Verkehrsstehung Alter, das Bild da vorne ist ja auch immer auch geil Traktor, 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 Traktor Marvin? Er schwindelt! Die Traktor Rallye! Wer ist denn da hinten noch? Ja, Alter! Warum? Warum nicht? Ich bin aber auf 5 von 7 Jetzt steigt er wieder aus Bleibst du nur stehen, fahr endlich! Enggehalt! Enggehalt! Ja, der Tassil! Ja, fahr! Fahr, 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 fahr! Nein, nein! Fahr, fahr! Jaaaa! Oh, wie geil! Ich bin ich letzter, Mann! Ich bin ich letzter! Oh Mann, ey! Dein letzter spricht schon letzter eigentlich, ne? Und er hat gewonnen mit seinem blauen Traktor, Alter! Ey, ja, lass das! Die Crewfarbe ist voll cool! Ja, trotzdem, blauer Traktor! Aber das ist ein Like-Wert, ja! Was haben wir denn hier? Oh, ab durch die Wildnis, oder? Kommt, Leute! Nee, das ist so mies! Das Rennen ist so richtig mies! Das ist voll lustig! Das ist voll cool! Oh, sieh! Oh, sieh! Oh, sieh! Oh, sieh! Durch die Wildnis! Nee! Dann nicht! Ja, aber durch die Wildnis ist es aber voll lustig! Vor allem, wenn er alle nur Rater haben! Ist das jetzt ein Fahrrad-Rennen? Äh, freie Fahrt! Äh! Ihr habt bei mir alle verlassen! Äh, ja, natürlich! Achso! Freier Modus, unten! Jetzt kommt Geta und einem Raubüberfall schnell beitreten! Schneller App, äh, schneller Job App! Naja! Alter, wo parkt der einen denn hier? Oh, nö! Oh, nö! Alter, das ist ein geiles Rennen mit deiner Schwester, das kannst du dir ausrichten! Das ist mit Traktor sehr witzig! Ja, ne? Das kannst du dir deine Schwester ausrichten! Das ist Hammer mit dem! Ja, würdest du ja höchst wahrscheinlich mitbekommen! Boah, ja! Das war mir so klar! Sag doch mal, hast du jetzt noch eins? Ja, ich starte! Ja, ich starte! Also ich muss auch meine... Oh, Pille! Oh! Oh! Boah! 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 Das ist der Auto-Gutel-Challenge-Flash für später! Über die Straße rennt eine Sacht und dann... Boah! Das war ich dann erfolgreich! Oh mein Gott, alter! Das ist ein Pilsener Wagen! 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 Abdrücken oder nicht abdrücken! Ah! Endlich sie, alter! Das ist Pisswasser, aber kein Pilsen! Egal! Bier ist Bier! Ja! Warte! Wär doch nicht geschossen! Ich trink' ja echt kein Bier, das Pisswasser heißt, aber danke! Ey, da schießt ihr! Alter! Pisswasser! Ich mein' alleine schon der Name! Ich muss eigentlich in den Halt hin! Ach da! Der prügelt sich durch die Autos! Nein, nicht! Ich hab' keine Lust auf den! So! Auf was? 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 Ich hab' eine Anfrage geschickt! Nein, Lade, halt! Ja, hab' ich nicht bekommen! Ein Radrennen? Ja, mit mir! Ein Radrennen! Ist okay, alles klar! Ja! Es heißt ja nur Radrennen! Erstellt von Kenny Raid! 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 Türcc! De werden dich töten! Ja! Ist gut! Ist gut, Palmer. Ist gut! Ich bin Backman! Das slice! Oh Gott, oh Gott.... Alter! 3 Uhr morgens! Ja! So kommt's mir langsam auch vor! Aber doch, wirklich. Jede Abend. Ich bin Robben! ich suche schon ja so schneller hast du 23 du kannst auch musical sind du das kann ich bänden willst mir gar nicht da war party 801 ja gut nein ich hab die falsche nein ich war es nicht ins ziel wenn er nicht die party hat das ist das problem ja es geht ja nicht ums ins ziel kommen es geht um den spaß ihr tollen sind ja ich habe den duo also jetzt nehmen können geradeaus 0 aber die ganze Stimmung am Gas geben die unter woher alt ha die Welt das tat wie oh mein nein 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 MUSIC NEIN NEIN JA Das ist so begangen MANN SNAKE SNAKE ist noch für 1. Platz Fick dich SNAKE da kinkst du nicht alles willst du weiter da mitmachen ist alles Oah, ja gisss. Ehrlich jetzt? Och nöööö. Tschüss. Nylöööööööö. Geta frage dich hier. Wenn du mit Haftmumpen rum.. Null! Pschwabbsi! Schlürf! Alter, ich werde dich in Freimodo so verrichten. Jetzt dann, Alter, ohne사를zen. Hab ich jetzt schon gesagt. Mach dich mal! Danke! Nein! 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 Ball runter. Ticyck Sadac Backflip hat sich gerade wirklich meinen Rang erhöht weil ich einen Backflip gemacht habe ось ah ne das war keine Rang ernährock, das war die falsche Richtung wie er das nicht mehr schnallt Ja, ich hab's nicht gesehen, das war zu kurz da. Und tschüss! Jetzt kommt er bald immer gar nie. Geh weiter. Nein! Leut! Sneh, du Arsch! Was? Du warst voll mies. Ach danke, Sneh, für's Mielen entschärfen! Oh, Entschuldigung, Sneh. Hatten wir das jemand nicht vorhin? Oh, Alter! Ähm, Mopsi. Nein! Nein, Mopsi! Wie er so schön, er mir vorbeigeflogen ist! Alter, das hätte ich doch mal sehen müssen! Nein! Nein! Ich geh jetzt zu Fuß hier! Nein! 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 Und Headbot! Tschüss! Nein! Ich bin grad genau von Passanten gefallen. Leut, 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 leut! Er mit dahin zu, Alter! Engel ist bestimmt schon wie der Erster! Ja! Nein! Komm schon nicht runter backen! Nein! Oh, tschüss! Bist du schon mal aus hier? Hat das mal aus hier? Hat das alles mal runtergepackt? Nein! Da war Min, du Arsch! Nein! 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 Tschüss! Du musst du! Nein! Du musst du! Und dann fällt der Feld noch runter! Diesmal schaffe ich es aber! Diesmal schaffe ich es aber! Diesmal schaffe ich es aber! Ben! Nein, Moin! Ach, Mensch! Nein! Dein Ernst! Nein, komm mal! Nein! Ich jump! Stell dich da haste! Ich hab wirklich hingestellt, um mich abzuknallen! Welche Richtung! Du bist einfach vor mir stehen geblieben, Mann! Ich sag's dir! War wieder ein... Danke, Ray, fürs Anschieben! Danke, fürs Unterschmeißen! Gerne! Kein Ding! Kein Ding! Immer wieder gerne! Ja! Nein! Ich falle auch noch runter! Nein! Mein Motorrad! Tschöö! Cyberbot hat dich plattgemacht! Was? Ich hab dich überhaupt nicht plattgemacht! Doch! Wie mies ist das denn darüber? Was? Wo? Nein! Da hast du mal dieses komische... Nein! Nein! Er hat Ray auch selbst mal begann nach? Ja, mal wieder! Bist du so lange runtergefallen? Ja! Warum... Warum spawnt ihr nicht alle respawn beim runterfallen? Nein! Warte! Mann! Du wirst so frech einfach nur! Nein! Nein! Oh, komm schon! Nein! Oh, Mann! Nein! Du wirst so wie er Gas gibt und runterfällt! Grüner! Das war... Niemals! Oh! Das war gerade auch spektakulär schlecht! Falsche Richtung! Ja, danke! Ich war's! Hallo! Einfach mal runtergefallen! Nein! Nein! Mich kriegt ihr nicht! Okay, ich häng' fest! Mich kriegt ihr nicht! Oh! 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 Oh Gott! Mann! O-oh! O-oh! Falsche Richtung! Weiß ich! Nooy! Du kannst mich echt im Spawnshut schon abknallen. Das kann ich ja. Die Frage ist, Werden wir es jemals schaffen? Nein! N-ess-Gott-oh! Oh Mann ey! Nein! Oh! Er steigt ab und fliegt runter. Nein! Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon gestorben bin. Wäre es noch schlechter als ich? Achso. Ja, ja. Du bist so ein... Na? Wieso bin ich denn jetzt auf einmal drunter gewesen? Das Ding ist, mit diesem Motocross komme ich hier nicht hoch. Dann lauf doch, wo du nicht hochkommst. Das wäre zu einfach. Ich bin auch durchgelaufen. Auf den Scheiß-Container da. Weil es so beschissen geht. Ich gebe doch Ropfen zu. Was? 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 Wie bei Zeiten sind denn die anderen denn schon so? Oh, da ist ein Popsi. Pepa schummelt auch. Oh. Ich wusste nicht das denn. Ach nein. Boah. Pepa. Nee, schon mal. Ja, ich bin ein... 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 Boah. Das tat bestimmt weh. Puh. Noch erwischt. Puh. Und ähm... Ich bin nochmal weg. Pff. Was? Was? Wer schießt du? Ach, Mist. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Nein. Nein. Tschüss. Nein. Nein. ‒ Vogel. Ich bin tot. oline Danke, Snake. Mopsi. Das sah so episch aus gerade. Nein. Ja, warte einen Moment. Danke aber. Ja, bye. Ach Mist. Nimm mal diese Schummlers hier. Ja, ne läuft Velber, sagt immer diese Schummler hier. Aber ja, nur helft Velber, ist das Klaas, ey. Och Mann, ich schaff's einfach nicht, ich schaff's einfach nicht. Okay, die Autos sind echt mies, ja. Boom. Das wollte ich dir kennen. Ich komm einfach nicht weiter. Ich glaub, hier muss man sich runterschmeißen die ganze Zeit, ey, um weiterzukommen. Das ist ne gute Methode, ja, sag ich dir schon. Nein, nein. Nein, daneben. Alter, der hat null Schwung. Ein normaler Mensch kann sich rüberhangeln. Nein, der fällt einfach runter. Er hat keinen Überlebenssinn. Autsch. Nein. Nein. Fast. Ach, das gibt's nicht. Immer beim Anfahren, ey, das fand ich da runter. Sind wir alle bei den Autos? Nö, bin ich schon lange so. Ich bin schon weiter vorne. Oh, okay. Wo, wo geh ich denn? Wo muss ich denn hin? Oh, scheiße. Ich bin runtergefallen. Wuh! Nee, jetzt brauchst du cheaten. Das kann ja nicht wahr sein. Waa, das ist cheat nicht. Heißt du nicht cheater? Ja. Auch mal kill. Jump down from the Motorrad. Wo muss ich hin? Heeeey! Nein! Nein! Nein, ich bin noch weiter. Brennst du? Nein, aber ich bin Hoster gefahren. Äh, ja, aber ähm, nein und äh... Ach, das gibt's nicht! Inga, wie hast du diese scheiß Sprungen hingekriegt da? Wo du über die Sandsecke gefahren musst? Einfach, äh... Einfach so runter wie drüber und dann... Auf dem Ding gelandet und dann... Hoffen? Hoffen, dass du rüberkommst oder wie? Ja, einfach so Richtung diese Container geflogen und hoffen, dass ich den Checkpoint erreiche. Nein! Ich kann's mir gut vorstellen, ich häng hier grade, ich komm nicht vor! Ganz ehrlich, weil du jetzt da hinten drin bist, bin ich runtergefallen. Was? Ich hab keine Raketenmacher. Ihr hattet denn da grad auf mich geschossen da oben? Irgendwie ne optische Täuschung sein. Ja, keine Ahnung, wer? Keine Ahnung, wer? Alter, ihr kriegt noch 3 Motorräder von mir. Uhuhu, ja, bei mir sieht's auch nicht anders aus. Oh, da fällt wieder einer. Alter, ich will nicht sagen, aber das Rennen artet schon da, äh, in das aus, dass wir leider nicht abknallen bei uns hier. Boom! Boom! Ach, man! Ja, in diesem Rennen irgendwo runterfällt ein kurzen Trinken, so. Man, jetzt Raid, jetzt Raid! Dann Raid! Ja, nirgends, gericht die Treppen. Nein! Ja! 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 Gefungen, ey, bekommen! Nein, nicht, nein! , der Checkpoint ist richtig gay! Alter, dieser Checkpoint ist richtig gay! Alter! Ja, falsche Richtung! Nee, du bist lustig! Nein! Ich war doch da drauf! Ich war doch da drauf! Ich war doch da drauf! It's raining man! It's raining man! Okay, Alter! Das musst du einfach bei dem Video auch mitten rein spielen, wenn du zufrieden wirst. Nein! Nein! Jetzt will ich wieder runter! Alles nimmt mich runter! Oh, das gibt's doch nicht! Nein! Nein, Junge! Endlich beim Checkpoint, Alter! Ich will auch zu dem Checkpoint! Ich schaff's nicht! Ich werd's gar nicht mehr schaff' da rüber zu kommen! Nein! Wir sind auch nicht sehr viel weiter als du! Oh doch! Nein, wir sind zwei weiter! Okay! Nein! Weil ich bitte... Ich bliege übers... Nee, einfach so rum! Ich seh's neben dem dritten Ball! So, der nächste Checkpoint doch da unten! Das ist dein Motorrad hier, das Schwarze! One by one by one! Dann park das weg! Nein! Nein! Oh, komm! Du bist doch so ein Idiot! Komm, das ist das Motorrad selber! Au! Komm, im Schock halt! Ja! Nein! Nein, Junge! Jetzt hätte ich fast was gesagt, ne? Nein, 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 nein! S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! Nein, Mann, komm schon! Das ist so scheiße hier rüber zu kommen! Was soll ich denn sagen? Ja, Alter, dann lauf doch da hinten! Du kannst alles durchlaufen! Nein, ich bin nicht! Zweifach beim Checkpoint und Snake knallt mich einfach über den Haufen! Oha! Oha! Au! Das ist mir da auch passiert! Ach, bist du schon im Ziel? Nee, du machst dir fein! Nein! Schubeln! Hör auf! Jetzt kann ich das erst! Äh, wo ist denn hier? Bin ich jetzt blind? Ja! Nein! Nein, doch nicht! Wo ist denn der Checkpoint? Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Dafür wirst du die auch noch nicht schaffen, weil die schafften wir schon alle nicht zu kunden! Wie mies ist das denn, Mann? Wer hat so eine kleine Unterführung da vorne? Also, ganz ehrlich, meine Rennstunde im Lied am längsten dauert schon mal aufgefallen? Ja! Ja, irgendwie schon! Ja! Ja, irgendwie schon! Geist den Kugel! Was ist das? Ah, du Arsch! Du schießt diese Stelle ins Gesicht! So richtig beschissen! Oh, Mann! Ich sehe Raid runterfallen! Geil! It's raining Raids! Halleluja! Oh, die Halleluja-Bombe bei TTT, ne? Das schaffen die eigentlich bis hierhin! Also, von daher! Alter, ihr seid schon fertig? Zumindest nicht alle! Ja, Inga und ich! Ja, ich hab's gar nicht gesehen! Ich bin nur ein einziges Mal, bin ich abgestiegen und hab den Checkpoint im Laufen erholt! Und das war da, wo Slay mich erwischt hat! Jetzt schaff ich's aber! Nein! Was für das?! Alright! Halt da jetzt F gedrückt! Was? F gedrückt halten, wenn du runterfällst! Ja! So, viel Spaß, meine Lieben, mit der kleine Zeit, ne? Ja, Mann! Komm schon, Snay! Nein, Mann! Snay ist so ein richtiger Assi! Wo sind denn die anderen hier? Wo prügeln die sich denn? Oh, Mann! Oh, da hat's noch einer geschafft! Man kommt, wartet doch ein bisschen, dass wir auch wenigstens eine Chance dazu haben! Wir haben ins Ziel kommen! Ja, komm! 13 Minuten rennen! Ne, 14 Minuten! 14! 14! 14 habe ich schon! Dieses Rennen! Ja, es muss noch einer ins Ziel kommen, damit der Countdown runterläuft! Oh, da... Du hast nur dich jetzt gerade auch gecheatet! Das war überhaupt, ey! Ich kenn dich jetztelas! Er rennt! Falsche Richtung! Wer ging hin? Ich bringe es lang! Ich bin es damit tot! Dringelandschlup Er ist drin gelandet! Ich will Turmß auf die Fresse fliegen, böse Entertainment Das ist doch der lästliche Spaß! Wie bist du da hingekommen? Ich war sogar schmal im Grad. Das ist ja easy hier alles, aber... Ja, der Spaß kommt noch! Mach mal einen Jump'n'Run raus. Easy, Assassin's Creed. Nein! Ja, es ist easy! Den krieg ich noch, den krieg ich noch! Ja, Alter! Ey! Ach, komm schon! Nein, komm schon! Ja, ganz ehrlich, mir tun meine Leute die bei GTA-Zuschauern wirklich leid! Ich bin seit 15 Minuten... Na gut, na gut! Äh, da muss man unten herfahren! Mir gab's! Ich bin schon eher der Rennen wie das hier gefahren, das schaffe ich noch! Jetzt kommt der Spaß! Alter, verstehst du? Das ist wirklich der leichteste Rennen, die ich gefahren hab, ist ja nicht verkackt, das ist grad so hart! Das ist ein leichtes... Das ist ein leichtes, Ray! Das ist ein leichtes Rennen! Hab ich den Checkpoint? Ja! Das ist ein leichtes! Hab ich den Checkpoint? Ja! Endlich! Seid ihr das noch leicht ist, haben wir schon gespielt in der Folge, das heißt, wir können's nicht nochmal spielen! Gib Gas, gib Gas! Sanrund, gib Gas! Nein, falsche Richtung! Ach, nein! Ich hab mir die falsche Richtung eingeschlagen! Ja doch! Da unten ist der andere Checkpoint, da kommt der danach! Alter! Alter! Keine Blöcke platzieren! Ui! Doch, kann man schon! Weil jetzt sitzt du schon zu zweit da! Ich wollte die Razznei abknallen, das ist das Problem! So mies bist du! So mies! Ja! Sag der, der vorhin als ich hier an der Stelle war, auf mich geschossen hat! Ja! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ah, nein! Ah, nein! Du denkst, oh nein, bei dir, bei mir, oh nein! Ah, nein! Das ist grüner! Ey, was soll das sein? Was soll das sein? Was soll das nicht sein? Ey, du cheater? Ich schicke gar nicht! Was ist der Scheiß? Wenn's Vollgas! Einfach geradeaus Vollgas! Alter! Alter, was macht der? Alter, was macht der? Links runter, durch die Unterführung! Perfekt! Und weiterfliegen! Nein! Ein bisschen nach links! Ah, schade! Sag's meiner Lake, wo sie hinfallen soll! Ja, das ist klar! Ja, vielleicht jetzt den anderen Chip bei dir auch noch kaputt! Rechts! Falsche Richtung? Nein, nix falsche Richtung! Oh, sorry! Ich kenn keine falsche Richtung! Und Aufschlag! Geschafft! Flatsch! Geschafft! Alter, nö! Go unter! Und tschüss! Da geht's nicht weiter! Ach, nö! Ich will wieder weiter ins Zerbort! Gott sei Dank! Raid! 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 Was macht ihr denn? Was? Ne, ich bin raus! Ich bin raus! Aber ich bekomme noch Geld! Das Problem ist das, das ist das Leichtere, ne? Ne! Ne! Ich hab das Leichteste, eines der Leichtesten, die ich jemals gefahren habe verkauft! Oh, dann kannst du mich jetzt mal gern haben! Und mit meinem Szenen hier diese Folge! Macht's gut! Ciao! Ciao!